Hi zusammen, Hannes hier von Notebooksbilliger.de. Ich habe hier für euch das CAT S60 Smartphone. Das ist das neueste Modell von CAT. Manche kennen es sicherlich schon. Es sind sehr robuste Smartphones, die eben speziell für den Einsatz auf Baustellen, auf Flughäfen, in Werkstätten usw. konzipiert sind. Also eben da, wo es ein bisschen rauer zugeht und ein normales Smartphone eben schnell kaputt gehen könnte. Und ja, wie man schon sieht, das Gerät ist eben auch etwas größer als die meisten anderen Smartphones. Dafür eben stoßgeschützt nach Mill-Spec, sprich bis zu 6 Meter Stürze kannst du einstecken und ja, hält also ordentlich was aus. Schauen wir uns mal ein bisschen die Details an vom Gerät. Hier auf der Front haben wir nämlich schon einige Besonderheiten, die man sonst so nirgendwo sieht. Einerseits hier unten die typischen Android-Buttons wie Home, Zurück und die Suche sind richtige Hardware-Tasten. Also kann man auch mit Handschuhen usw. problemlos drücken, keine Sensortasten oder Onscrew in Button. Und was dann noch auffällt ist, hier unten gibt es so einen kleinen Schalter, genauso wie hier oben. Das ist eine Verriegelung, die in dem Fall hier oben den Lautsprecher der Hörmuschel oder hier unten das Mikrofon abdichtet, um eben statt nur bis 2 Meter wasserdicht bis zu 5 Meter wasserdicht zu sein. Denn durch diese Verriegelung ist einfach noch, also wenn die beiden Bauteile komplett mechanisch abgeschaltet, um eben dann dem höheren Druck bei 5 Meter Wassertiefe standzuhalten. Ja, also das ist eine feine Sache, gerade für diejenigen, die halt dann auch ein bisschen Tauchtiefe brauchen. Dann haben wir auf der Front noch eine Frontcam natürlich. Die Hörmuschel sehen wir natürlich diverse Sensoren hier oben noch in der oberen Leiste. Und hier unten kann man zumindest noch erahnen, sitzt der Lautsprecher drin. Bis zu 105 Dezibel, also selbst auf der Baustelle sollte man das Problem bis noch hören können. Auf der rechten Seite, das ist weniger spektakulär, hier haben wir letztendlich die beiden Lautstärkewippen. Und auf der linken Seite dagegen ist schon ein bisschen mehr. Wir haben den Powerbutton, der ist auch extra geriffelt, damit man ihn eben auch blind fühlen kann. Wir haben unten eine Art, ich nenne es jetzt mal Makrotaste, die man sich ihm selbst belegen kann. Beispielsweise könnte man die Kamera starten oder man kann Push-to-Talk drauflegen, um eben dann mit Walkie-Talkie-Funktionen auf der Baustelle zu kommunizieren. Hier unten sitzen zwei Klappen, einmal mit SOS-Beschriften. Darunter befindet sich hier ein Notrufknopf. Kann man eben schnell, wenn man jetzt nicht mehr wirklich telefonieren kann oder ähnliches auch ein Notruf absetzen auf die Schnelle und das andere ganz normale Micro-USB-Slot. Hier unten am unteren Rand dann noch der Klinkenanschluss auch verdeckt. Und wir können das hier einfach mal aufmachen. Hier sieht man dann eben den 3,5 mm Klinkenanschluss. Das ist noch ein bisschen hakelig, ist ein Vorserien-Modell. Die richtige Besonderheit sehen wir dann nämlich auf der Rückseite bzw. auch auf dem oberen Rand. Hier ist nämlich so eine kleine Ausbuchtung mit FLIR beschriftet. Und das Ganze gehört zu einer Wärmebildkamera, die wir hier oben haben. Und darunter noch die normale 13 Megapixel-Kamera mit 2-Tone-LED-Flash. Und was es mit dieser Infrarot-Kamera bzw. Wärmebildkamera auf sich hat, ist ganz einfach. Man kann damit wirklich Wärme messen oder sichtbar machen, um beispielsweise gerade im Handwerk undichte Stellen in der Hausisolierung zu entdecken und Ähnliches. Also gerade in den Bereichen, worauf sich eben CAT spezialisiert hat, eine sehr, sehr spannende Sache, um eben letztendlich solche Sachen zu identifizieren. Und da kommen wir aber gleich nochmal zu. Ich zeige euch nochmal die Software dazu. Und hier haben wir noch eine kleine Klappe, die lässt sich hier einfach entriegeln. Und da drin haben wir zwei SIM-Karten-Slots, also zweimal Navo-SIM und einen Micro-SD-Slot, um den Speicher noch zu erweitern. Und genau, die beiden SIM-Karten-Slots auch beide mit LTE angebunden, sprich auch schnelle Datenübertragung ist kein Problem. Ansonsten von den technischen Daten her, es ist auch auf dem aktuellen Stand, wir haben hier Android 6.0 vorinstalliert. Es ist ein Snapdragon 617-Prozessor drin, von 3 GB Arbeitsplächer, 32 GB internen Speicher, also das auch alles auf dem aktuellen Stand. Genau, zum Thema Infrarot bzw. Wärmebildkamera haben wir hier eine extra Kamera-App für, nennt sich Flir at Work jetzt hier in dem Fall. Und genau, hier haben wir jetzt eine ältere Aufnahme, weil ich jetzt gerade hier nichts vor mir liegen habe. Und hier sieht man schon, das sind zwei Wassergläser einfach mit unterschiedlichen Temperaturen, hier das kältere Glas und hier das wärmere Glas. Und ich kann euch das nochmal live zeigen. Hier sieht man jetzt eben den Tisch und wenn ich jetzt hier eben meine Hand reinhalte, sieht man schon, meine Hand ist natürlich das Wärmste jetzt im Bild. Und auch beispielsweise, wenn ich die Hand hier auf den Tisch lege, wegnehme, sieht man eben auch noch den Wärmeeindruck. Ist hier jetzt in dem Fall, dass eben, wie gesagt, noch ein Vorseriengerät ist, noch nicht 100% kalibriert, also zum Beispiel noch ein bisschen zu warm, ein bisschen zu kalt. Und man hat hier eben auch direkt die Skala eingeblendet, am oberen Rand seht ihr gerade eine Temperaturangabe. Und wenn es danach geht, habe ich gerade eine Körpertemperatur von 24 Grad. Wäre ein bisschen frisch wahrscheinlich. Gut, aber wie gesagt, das ist eben noch der Vorseriere geschuldet. Das wird eben noch deutlich besser kalibriert. Ja, ansonsten, wie gesagt, ist es primär ein Android-Smartphone, wie man es halt eben kennt. Ein paar Apps sind vorinstalliert, aber nicht allzu viele. Also es ist jetzt keine, nicht mit Bloatware zugemüllt oder ähnliches, sondern eben ein paar nützliche Sachen eben drauf und gerade für den Einsatzzweck, Baustelle oder im Werkstatt vorgesehenen Apps. Ja, achso, da kann man auch das Display sehen. Eine Besonderheit ist noch das extrem helle Display mit bis zu 700-Nit-Helligkeit. Sprich, selbst Sonnenlicht oder ähnliches ist überhaupt kein Problem hier. Da kann man auf jeden Fall alles erkennen. Gut, dann so viel auch erstmal zum CAT S60. Mehr Informationen und auch den Blogbeitrag dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne mal ein Abo da.